Warum denn so schlecht drauf? Ich habe in zwei Minuten ein Blind Date. Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Das ist doch schön. Ich habe aber geschrieben, ich wäre Chirurg. Ich wollte eigentlich noch nach Hause fahren und mich umziehen, doch mein Chef hat mir heute zwei Überstunden aufgetaucht. Irgendwann kommt die Wahrheit sowieso ans Licht. Ja, sie ist aber Anfältin und würde einen Loser wie mich nicht mal mit dem Arsch ankommen. Oh Mann, wo kriege ich jetzt einen Anzug her? Ein Bier bitte. Es gibt Schlimmeres. Immerhin bist du von der knackigen und nicht von der fettigen Sorte. Aha. Außerdem, stell dir mal vor, du wärst ein Steak oder eine Currywurst. Und sie ist Vegetarierin. Aber Pommes mag jeder. Der ist ja eh zu groß. Das wird ein Desaster. Verdammt, Mann. Warum müssen alle im Internet immer lügen? Ich mache ein Foto von ihrem Gesichtsausdruck, wenn sie hier reinkommt. Das wird was für unsere Pinnwand. Das wird es wenigstens. Bis zum nächsten Mal.